Die heutige Meditation besteht im Wesentlichen aus drei Teilen. Der erste Teil ist, dass du in deine Entspannung kommst, mit dem Bewusstsein, dass alle Aktionen, die du in deinem Leben durchführst, nur von deinem eigenen Geist und um es zu verstehen, nur von deiner Art und Weise, wie du das Leben siehst und für dich nutzt, entsteht. Heute geht es erstmal darum, dem Alltagstrott zu entfliehen, loszulassen und tief zu deinem eigenen Wohl zu atmen. In der zweiten Phase kommt, wie bei der QLB, ein aktiver Teil, wo du eingeladen wirst, schneller zu atmen, um in kurzer Zeit mehr Energie aufzunehmen. Ohne Widerstand versuchen, einfach mitgehen und die volle Energie ohne Begrenzung spüren. Verlass dich darauf, dass, wenn du voll mitatmest, du eine Fülle, eine Sättigung in dir spüren kannst, die du vielleicht so noch nie gespürt hast. In der letzten Phase kannst du dich dabei entdecken, in die langsame Atmung zu kommen und die Phasen der Atmung zu verlängern, so gut wie du kannst und dein Körper es zulässt. Nimm dir diese Zeit nur für dich. Ob du im Sitzen oder Liegen atmest, entscheide selber und mach es dir jetzt so bequem, dass du eine Dreiviertelstunde mitmachen kannst. Jetzt entscheide dich. Bau dir jetzt dein Lager und lege oder setze dich hin, wie du willst. Du hast jetzt die Zeit dafür. Du hast jetzt die Zeit dafür. Du hast jetzt die Zeit dafür. Genieße das Leben, so wie es sich in diesem Moment dir präsentiert. Herzlich Willkommen an diesem wundervollen Tag. Ich lade dich ein, es dir gemütlich zu machen und sanft durch deine Nase ein- und wieder auszuatmen. Fühle einmal hin, wie der Luftstrom ganz achtsam in dich hinein, sich wohltuend ausbreitet und auch wieder hinausströmt. Fühle mit jedem Atemzug, wie sich zuerst dein Bauch und dann dein Oberkörper hebt und dann wieder senkt, und dein Körper aufnahmebereit ist, wie dein Körper aufnahmebereit ist für die neue Energie in dir. Lass dich entspannen und sei, wie der Name Namaste sagt, bei dem göttlichen Sein in dir. Atemzug für Atemzug. Und nun schau, wenn neue Luft einströmt, welche Teile deines Körpers dabei berührt werden. Wenn störende Gedanken kommen, sende sie in die Wolken und lass sie damit ziehen. Fühle die Energie, die sich im Körper ausbreitet und dich heilend nährt. Lass den Alltag hinter dir und freu dich über dein Bewusstsein. Tauche noch tiefer ein in den schönen Zustand von dir. Angenehm und achtsam, wie du es liebst. Nun ist die Zeit da, etwas kräftiger zu atmen. Durch die Nase ein- und durch den Mund ausatmen. Versuche es mit einigen Atemzügen. Ein wohliges Gefühl wird sich einstellen. Atme tief ein und weit, also tief, wieder aus. Die Nase ein- und weit, also tief, wieder aus. Fühle, wie die Energie all deine Glieder sanft ausfüllt. Atemzug für Atemzug. Du, dein Körper, dein Atem, dein Sein. Nähere dich bei jedem Atemzug und freu dich, dass diese wunderbare Energie sich in dir ausbreitet und dich lebendiger macht. Beobachte deinen Körper, wie gut du und wie sanft sich dein Körper mit der Energie der Erde verwurzelt. Du hast es verdient, was jetzt gleich passiert. Mit den kommenden Minuten lade ich dich ein, mit offenem Mund ein- und auszuatmen. Nimm dafür, dass du dir vertraust und dich ganz annimmst, einige Atemzüge auf diese Art. Du hast es verdient. Du hast es verdient. Glaube fest daran und versuche nun, dass noch mehr von dieser wundervollen Energie in dich einströmen kann. Beschleunige jetzt deine Atemzüge und atme schneller. Lass noch mehr Luft einfließen, um sich im System auszubreiten. Lass es zu, dass wenn du intensiv mitmachst, dein Körper die Energie aufnimmt, um anschließend komplett von Kopf bis Fuß zu kribbeln. Und dir damit mitzuteilen, dass du genährt bist. Atme ab jetzt schnell in meinem Rhythmus oder so schnell wie du kannst. Atme ab jetzt. Atme ab jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Jetzt spüre das Kribbeln in deinem Körper und damit die Erweiterung deines Bewusstseins und freu dich über diesen wunderbaren Zustand. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Nimm noch ein paar ganz tiefe, weite, langsame Atemzüge mit offenem Mund und genieße die Energie, die sich jetzt in deinem Körper verteilt hat, als etwas ganz Besonderes. Nur für dich. Bevor du in den Zustand der Atemlangsamkeit einkehrst. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Spannende Musik Spannende Musik Spannende Musik Fühle das wunderbare Körpergefühl, was jetzt da ist und dich bereichert. Und du ganz einfach ab jetzt, so langsam es geht, atmen kannst. Achte auf dich, so langsam es geht, in deinem Tempo. Achte auf dich, so langsam es geht, in deinem Tempo. Achte auf dich, so langsam es geht, in deinem Tempo. Achte auf dich, so langsam es geht, in deinem Tempo. Achte auf dich, so langsam es geht, in deinem Tempo. Achte auf dich, so langsam es geht, in deinem Tempo. Achte auf dich, so langsam es geht, in deinem Tempo. Achte auf dich, so langsam es geht, in deinem Tempo.